Hallo, erinnern Sie sich an mich? Ich bin Mika von der IHK Darmstadt. Ich unterstütze, berate und helfe Unternehmen hier in der Region Darmstadt-Rhein-Main-Neckar, zum Beispiel wenn sie Fragen zu Energie- oder Umweltthemen haben. Heute fliegen wir zum Planeten Energieeffizienz WQ7PR. Das ist ein sehr wichtiger Bereich, denn die Energiekosten sind heute in fast allen Unternehmen eine erhebliche finanzielle Belastung. Unser kostenloses Beratungsangebot gehört in diesem Bereich sozusagen zu den Basics, da viele Unternehmen gerne etwas tun möchten, aber nicht wissen, was sie tun können. Und da komme ich ins Spiel und zeige Ihnen, wie Sie mit teilweise sehr einfachen Mitteln Ihren immensen Stromverbrauch drastisch reduzieren können. Auch nicht erschrecken. Ich erlebe das immer wieder, dass Unternehmer unsicher sind und nicht wissen, was sich wirklich lohnt. Ich helfe da gerne, zum Beispiel indem ich Überzeugungsarbeit leiste und sie bei der Erstellung eines individuellen Energiemanagements unterstütze. Unsere letzte Station für heute ist unser Experimentierbereich und unser Think Tank. Hier sammeln wir Infos zu neuen Technologien und Vorschriften, etwa beim Thema Recycling, damit ich Sie auch richtig beraten kann. Mein Tipp? Fliegen Sie hier mal alleine hin und schauen Sie sich das in Ruhe an. Die Koordinaten der IHK Darmstadt kennen Sie ja. Die Koordinaten der IHK Darmstadt Die Koordinaten der IHK Darmstadt Die Koordinaten der IHK Darmstadt Untertitelung des ZDF, 2020